Die Söldner waren nicht besonders glücklich. Ich hab's dir doch gesagt. Pass auf. Halt den Mund. Achtung, hier Posten 1. Wir haben ein Problem. Over. Verstanden. Wo hängt's denn? Der Mistkerl ist aus der Zelle abgehauen. Im Ernst? Glaubst du etwa, ich mach Witze, er find irgendeinen Blödsinn, wenn ich für einen Job bezahlt werde? Okay. Achtung, Achtung an alle. Clowny Flutschfinger hat Robert Langdon ausfliegen lassen. Haltet Ausschau nach einem verknöcherten Professor, der sich ins Fäustchen lacht, weil er uns reingelegt hat. Wie hieß der? Flutschfinger? Fischfinger? Oder wie? Oder was? Oder wo? Ich höre sie atmen. Nein. Boah, Sophie, kannst du nicht einfach da rüberklettern? Irgendwie frage ich mich... Ich hab Angst. Gar nichts. Irgendwie frage ich mich gerade, ob man noch ein Geheimnis finden kann. Hatten wir das schon mal, dass es drei... Drei... äh, Quatsch. Drei gab's immer, aber gab's auch schon mal vier? Ähm, das weiß ich nämlich gerade nicht. Na. Vor allem sind die Rosen jetzt so schnell wieder nachgewachsen, nachdem Sophie die abgeschnippelt hat. Ist klar. Was ist denn hier? Das ist doch ein Tor. Warum benutzt du's dann nicht? Und warum kommen die Typen nicht einfach hier hoch? Höh! Da unten sind die ja. Die können uns voll sehen, ey. Eigentlich... Boah, wir müssen gleich nochmal an dem Fahrrad vorbeigehen. Ist jetzt hier nochmal was drin? Ne, ja. Äh, warum ist die Schere wieder da? Jetzt will sie sie aber nicht. Wenn das vorbei ist, gibt's erstmal Tequias und Senoritas. Guckt euch bitte mal dieses Fahrrad an. Das, das, das ist einfach nur die Reifen. Guckt euch das mal an. Also das, so sieht's ja schön aus, ne? Das hätte man doch ein bisschen besser machen können. Und das hat der nicht gesehen. Wie dumm ist der, bitte. Ey, wie dumm. Ist der wieder runter? Ja. Und so heißt das, der kommt auch hier hoch. Konnte man nicht mal irgendwie Krach machen oder so? Ging das nicht? Wie dumm. Ja, ja, komm. Gute Idee. Sehr gute Idee. Sophie bewegt dich, bevor er sich rumdreht. Mach, mach, mach. Mach, 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 mach. Danke. So wie ein Profi. Gut. Einer weniger. Vor allem sind das auch Klone, ey. Die sehen alle gleich aus. Wo ist der? Und vor allem, warum? Die Tür ist aufgegangen und Robert steht doch direkt da unten vor. Warum? Gehen die nicht einfach da runter und verprügeln Robert oder so? Ach, da steht er. Bleib stehen, bleib stehen. Mein kleiner Freund. Fuck. Fuck. Das tust du gerade schon, Sophie. Aua. Komm so her, meine Freund. Na, 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 na. Lass das. Lass das. Ich weiß nicht, wie viel Spaß dir das macht. Ach, ich dachte irgendwie gerade, er wäre K.O. Tack, 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 tack. Oh, Gott sei Dank mal nichts mit doppelter Maus. Irgendwie wäre es schön, wenn die das bei einer Figur weggelassen hätten. Wollen Sie wirklich eine Lady schlagen? Ja, der Typ, der ist gerade die ganze Zeit dabei. Falls du es noch nicht merkst. Okay. Warum ist das mit der doppelten Maus jetzt wirklich die ganze Zeit weg? Ich sollte ihn verstecken, damit niemand etwas macht. Meine Güte. Äh, da kann man hin und zu der... Warum kann man hier hin? Zum vorderen Hof. Ja, aber die Tür, die war doch hier, oder nicht? Die war doch hier vorne. Ähm. Irgendwie... Ja, wir haben keine Geheimnisse, ne? Es ist nur die Frage, ob es halt echt vier gibt. Also logisch wäre es ja, zu Robert runterzugehen. Aber wir gucken erst mal hier. Oder kann man halt einfach nur von vorne und von hinten rein? Das... Äh... Weiß ich nicht. Ich krieg die Tür einfach nicht auf. Ach so, weil der Riegel... Weil der Riegel vorne ist, oder was? Na gut, dann müssen wir doch da unten durch. Okay. Then we do that. Love, Forest, Love. Als hätte sie sagen müssen, nein, ich heiße aber Sophie. Robert, Gott sei Dank. Alles okay, Sophie, mir fehlt nichts. Teebing allerdings. Was ist mit ihm? Remy hält ihn als Geisel und er hat das Kryptex. Sie werden ihn zwingen, das Geheimnis zu lösen. Wenn wir es vor ihm lösen, hätten wir was zum Tauschen in der Hand. Haben Sie etwas gefunden? Ja, ja, ich habe was gefunden. Eine Inschrift auf dem Brunnen und noch einen Schlüssel. Eins nach dem anderen. Helfen Sie mir. Zu zweit kriegen wir die schweren Türen auf. Durchsuchen Sie die Tunnel nach Hinweisen. Äh... Ne, nein, nicht da. Da. Äh, ja. Gut. Und das hättest du nicht alleine hinbekommen. Da kann jetzt aber eigentlich niemand drin sein. Wir müssen zusammenbleiben, falls wir sie hier unten finden. Ist ganz schön dunkel. Wieso funktionieren die Lampen hier unten nicht? Probier's mal mit dem Lichtschalter, du Idiot. Lichtschalter? Wir sind in einem Kanal, du Trottel. Das Einzige, was auch nur halbwegs funktioniert, sind die Schalter für die Tore. Gib mal wieder Ärger. Da unten ist eine richtige Armee. Dick und doof? Wir müssen ganz leise sein. Die dürfen uns nicht bemerken. Wenn ich wieder in Sheffield bin, gibt's erstmal richtig Urlaub. Äh, ähm, ja. Warum? Was ist das? Oh, das ist doch ein Gesundheitsteil. Gesundheitsteil. Willst du es dann bitte auch nehmen? Das könnte nützlich sein. Ja, das glaube ich auch. Und da war nix, ne? Kann man das verschieben oder so? Nein. Ah, interessant. Nein. Ach man, warum? Sophie, du sollst dich nicht immer einmischen. Aber danke. Sophie, jetzt dürftest du dich mal einmischen. We need help, please. Nicht sehr spartlich, ich weiß. Aber effektiv. Ah. Mein Gott. Ja, echt. Tuck, 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 tuck. Tuck. Sie zwingen mich dazu. Oh, Gott sei Dank. Und Sophie musste natürlich wieder einwerfen. Ich bin Agentin der Staatspolitei. Und hier sind zwei Leute und Robert sagt halt so, ja, ne ganze Armee. Also, ne ganze Armee hat dann praktisch jeder. Also, wenn ihr das hier gerade zu zweit guckt, dann seid ihr eine Armee. Ne? Nur, dass ihr es wisst. Hinterhalt. Ach so, wieder dieses An. Ah, hier die Dinger, die kann man bestimmt untersuchen. Hier die, die Skeletten. Sophie, geh weg da. Nein, kann man nicht. Okay. Hier wird nachher bestimmt wieder jemand sein. Wenn man hier um die Ecke geht. Ja, das war klar. Was zum Teufel war das? Was war das, Robert? Okay. Wenn das jetzt immer klappen würde mit den beiden Maustasten, wäre das super. Nehmen Sie endlich auf. Nein, natürlich nicht. Ich mach sie mit Genuss. Mit Genuss? Hast du Hunger? Hättest du vorher mal Essen? Was war das denn jetzt bitte für eine Aktion? Die mussten wir noch nie ausführen. Zwingen Sie mich nicht, ihnen den Weg zu tun. Nein. Nein. Sophie, das wäre gerade sehr schön gewesen, wenn du dich nicht eingemischt hättest. Ganz schönes Schlitzohr, ne? Ach. Bitte, tun Sie ihm nicht weh. Geh weg. Na. Ich kann und werde mich verteidigen. Ist der jetzt K.O. oder... Wir nehmen erstmal die Bandagen. Ist er K.O.? Geh weg da, Sophie. Du ste... Alter, so breit bist du nicht. Geh da durch. Mann. Diese Kämpfe, ey. Aber es war halt klar, dass hier wieder jemand ist. Boah, es tut mir leid, dass die Kamera teilweise so ein bisschen beschissen ist. Aber da kann ich nichts für. Wenn das vorbei ist, gibt es erstmal Tequilas und Senoritas. Was wollt ihr alle Tequila und Senoritas, hm? Bei 20 zu 1 im dritten Lau... Abwasserkanäle, wie ich sowas hasse. Was machen wir hier unten? Wenn man aus einer Kirche voller blutrünstiger Söldner, anwesend eingeschlossen, fliehen muss, dann klettert man also in den Abwasserkanal unter besagter Kirche? Tja, wenn ich da Ratte wäre, schon. Nur rein theoretisch. Nimm mal an, du wärst ein menschliches Wesen. Wenn ich vor so blutrünstigen Arschlöchern wie uns davonlaufen müsste, würde ich ganz sicher nicht in so einen stinkenden, feuchten Ekelkanal fliehen. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, da unten wäre was total Wichtiges. Was denn? Dein Lieblingsscheißhaufen vielleicht? Ich weiß nicht, vielleicht sowas wie ein Eherigen. Die beiden waren bestimmt nicht verheiratet. Die waren sowas von steif, dem hättest du ein Eisstiel in den Hintern stecken und mit ihnen Marionetten spielen können. Super Idee. Danke für diesen kranken Schwachsinn, du Vollidiot. Ich sag doch nur, für mein Gefühl waren die nicht verheiratet. Wir sollten unseren Job machen und die Gänge kontrollieren, wie es der Boss gesagt hat. Na gut. Ja, bewegt euch. Weil euer Gespräch war jetzt nicht sonderlich interessant. Lauf. Weil wenn der wieder so von vorne, dann ist das nicht gut. Wie weit geht der? Boss, auf wie? Du gehst mir ein bisschen auf den Senkel. Geht der nur bis da? In welche Richtung? Der guckt doch zu uns, ne? Oder guckt der von uns weg? Man sieht das so schlecht. Jetzt die Frage, bringt das? Hört der das, wenn wir hier an die Wand tippen? Ne, er geht schon wieder zurück. Lauf. Ah, jetzt werden die zwei sich da wahrscheinlich gleich wieder treffen, aber das ist mir jetzt egal. Mach! Ach, shit. Wollen Sie mich nicht in den Weezetor? Warum hat das denn jetzt schon wieder nicht geklappt? Keine Ahnung, ob das mit der doppelten Maus jetzt geklappt hat, aber vermutlich nicht. Ah, schlechte Karten, was? Ja, total. Wir haben keine Bandagen mehr und dieser blöde Angriff hätte einfach klappen sollen. Gute Nacht, wenn Sie aufwachen, wird Ihnen der Schädel brummt. Weg hier. Einfach nur weg da. Der findet den nämlich jetzt. Boah, ey, diese Kämpfe, die sind furchtbar. Wenn ich das mal nebenbei so erwähnen darf. Heilen die sich eigentlich irgendwann von selber wieder, oder wie war das? Sehr schön, wenn man jetzt den Charakter wechseln könnte, dass man das halt einfach weiter mit Sophie spielt, weil die dürfte noch keine Gesundheit verloren haben. So, der hat seinen Kollegen doch bestimmt schon gefunden, oder? So, komm. Jetzt mach das und mach das nicht wieder falsch. Mach, 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 mach. Ach, danke. Sehr schön, hoffentlich finden wir hier nachher noch ein paar Bandagen. Da vorne sieht auch so aus, als wäre da irgendwas hinter. Aber diesen komischen Karton da verschieben wir erst im nächsten Part.